So Leute, da sind wir beim nächsten Decktag und ich habe euch ein cooles Deck mitgebracht und zwar Geruda Bomberman. Geruda Bomberman, ein Deck Bomberman, ich liebe Bomberman schon so lange als Deck. Es existiert auch schon sehr sehr lange als Deck. Damals noch zu Mirrodin Zeiten hat das angefangen tatsächlich und das war ein sehr sehr cooles Deck, was auch sehr viel gespielt wurde und aktuell spielt man das mit Geruda. Gucken wir uns Geruda an. Geruda ist der Companion Gigant Cyberclaw Terror. Ja, ich benutze diese Version von Geruda, weil ich sie hübsch finde. Ich bin ehrlich. Tut mir leid. Geruda ist ein 6 Mana 6 6 Companion, der sagt, in unserem Starter Deck dürfen, also in unserem Deck, dürfen nur Karten mit geraden Mana Kosten sein. Nicht Sideboard, aber Main Deck. Dann können wir ihn als Companion wählen. Wenn wir ihn als Companion haben, können wir ihn für 3 Mana aus der Companion Zone auf die Hand nehmen und danach spielen. Wenn Geruda ins Spielfeld kommt, millt jeder Spieler die obersten 4 Karten seines Decks und legt sie in den Friedhof, natürlich. Und danach wird eine Kreaturenkarte mit geraden Mana Kosten aus dem Friedhof ins Spiel gebracht. Damit habe ich schon Golgari Thugs ins Spiel gebracht und Nachromögen. Das war nicht so erfolgreich, aber es ist ein cooler Tag, den man haben kann und wir haben nur gerade Mana Kosten drin, deshalb, warum nicht mitnehmen? Als nächstes gucken wir uns dann mal die Land Base an, wie immer. Natürlich spielen wir Fast Mana. 4 City of Traitors. Stappen für 2 Mana. Wenn ein anderes neues Land ins Spiel kommt bzw. gespielt wird, nicht durch Fettständer, sondern gespielt wird, wird das Ding geopfert. Das ist nett. Dann Engine Doop. Wenn ich es immer abkriege, ich habe aktuell hier so einen Daumen, so einen Pflaster. Und das macht es sehr, sehr schwierig, Karten abzudecken. Deswegen spannend. Wir haben 4 Engine Tooms. Tappen für 2. Farblose Mana für 2 Damage. Dann 3. Ancient Den. Das ist das weiße Artefaktland. Tappen für ein weißes ist ein Artefaktland. Damit kann man ganz coolen Channels betreiben. Dann haben wir 2 Ebenen. Die zeige ich jetzt nicht, auch wenn sie Fulltext sind und damit großartig. 3 Scrub Lanes. Schwarz oder weißes Mana produzieren. Auch die Duels sind mittlerweile bekannt. Dann 4 Ursassager. Das ist ein Land, wenn es ins Spielfeld kommt, kommt eine Marke drauf. Und zu Beginn jedes Main Steps kommt da auch eine Marke drauf. Und zum Beginn. Und wenn es eine Marke hat, hat es Tappen für ein Farbloses. Wenn es zwei Marken hat, hat es Tappen. Wir kriegen ein 0,0 Konstrukt. Also für zweimal noch Tappen. Wir kriegen ein 0,0 Konstrukt. Das ist plus 1, plus 1, wie jedes Artefakt ist, das wir kontrollieren. Und bei 3 wird es den geopfert und wird es so direkt mit einer Karte, die genau 1 kostet. Was wir keine drin haben. Das können wir gar nicht benutzen. Oder genau 0. Die wollen wir haben. Manchmal kann man damit auch andere Sachen raussuchen. Dann haben wir zwei Buyer of Industry. Geht doch. Tappen für ein Farbloses. Oder Tappen ein Leben bezahlen. Können wir nur aktivieren, wenn wir ein Artefakt kontrollieren. Kriegen wir Mana billiger Farbe. Das ist sehr, sehr stark für das Mana billiger Farbe. Aber das Farblose passiert auch oft genug. Dann ein Karakass. Tappen. Legendäre Kreaturbouncen. Sehr cool mit Geilruder. Wenn man den bouncen kann, wieder spielen kann. Bouncen kann, wieder spielen kann. Sehr, sehr coole Kombination. Und natürlich ein Carven of Souls. Wenn wir auf unsere Combo gehen, die komplett aus Humans-Konstrukten und Zaubern und so weiter bestehen, sollten wir zumindest eine Sache davon unkontrobar machen. Zum Beispiel Humans. Dementsprechend eine Carven of Souls. Das passt ganz gut. Gucken wir uns weiter an, was wir noch haben. Und zwar haben wir noch weiteren coolen Stuff. Und zwar die Humans. Die Humans bestehen aus zweimal vier Humans. Einmal vier Human ist Ingenious Smith. Zwei Mana eins eins. Wenn das Spiel bekommt, gucken wir uns vier Karten und Stacks an. Können eine Artefaktkarte auf die Hand nehmen. Und den Rest um das Deck. Und immer wenn ein Artefaktes Spiel kommt, kriegt er eine 1.1 Marke. Sehr, sehr coole Fähigkeit. Gilt nur einmal pro Zug. Unser Zug, Gegnerzug. Beide Züge. Aber es ist sehr, sehr cool. Und als zweite Karte schauen wir die Combo-Karte. Auroken Salvager. Das heißt, die Combo existiert seit 2004. Vier Mana, zwei vier. Für zwei Mana bringen wir ein Artefakt. Mana kostet von null oder eins. Converted Mana kostet. Aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das ist besonders spannend, weil wir wissen ja alle, für null Mana kriegen wir auch drei Mana. aka Black Lotus Schrägstrich. In diesem Fall Lion's Eye Diamond. Tappen. Opfern. Wir werfen unsere Hand ab und kriegen drei Mana bliebiger Farbe. Zum Beispiel weißes Mana. Damit können wir dann infinite weißes Mana machen. Und dann mit infinite weißem Mana können wir infinite rotes, grünes, blaues, schwarz und so weiter machen. Können dann den Geiruda aus der Dingzone cast, wenn wir wollen. Oder wenn wir andere Möglichkeit haben, können wir dann auch schon mit infinite Mana gewinnen. Infinite Mana lässt uns ziemlich häufig gewinnen. Zu den Outlets davon kommen wir später. Gucken wir den Rest vom Deck an. Wir haben noch vier Chalice of the Void. Chalice of the Void, zweimal X und dann kommt da X-Lanus-Maken drauf und es Convert alles Mana kostet. Wir haben so viele Soul Lanes und dann lohnt Chalice sich auf eins. Denn wir spielen, wie gesagt, nichts mit einem Mana. Auf drei können wir es auch machen, gegen Blood Moon oder ähnliches. Denn wir spielen nichts für drei Mana. Ihr solltet es nur nicht auf 0 legen. 0 ist tödlich. Vier auch. Meistens. Dann, wir haben ja schon gesehen, wir haben ein bisschen Schwarz drin. Und zwar spiele ich Schwarz für eine Karte viermal. Und zwar den Wishclaw Talisman. Zwei Mana, Art of fact, wir können drei Marken drauflegen, wenn er reinkommt. Beziehungsweise wir legen drei Marken drauf, wenn er reinkommt. Für einen Mana tappen wir ihn, nehmen eine Marke runter, durch so ein Zedekter in der Karte, nehmen die auf die Hand, zum Beispiel mit einem Combo-Piece oder nach einem Finisher. Und dann kriegt er die Kontrolle darüber. Das ist aber dann getappt. Dementsprechend kann er nicht direkt damit anfangen. Sehr, sehr gut und sehr stark. Dazu Mana. Wir brauchen mehr Mana. Drei Mox Opal. Tappen für Mana bliebiger Farbe. Können wir nur machen, wenn wir drei Artefakte kontrollieren. Auch hier Artefakte eher weniger das Problem. Dann haben wir noch vier Lotus Paddle. Null Mana tappen, Opfern, Mana bliebiger Farbe bekommen. Super starke Karte. Dann drei Walking Ballistas. Walking Ballistas ist eine unserer Finisher Optionen. Eine unserer Finisher Optionen. Für Doppel-X, also Converted-Marke-Kosten von Null, damit ist ein Friedhof wiederholbar mit dem Augen-Savager, können wir eine Kreatur ins Spiel bringen, die mit X-Landungs-Marke reinkommt. Also X-Landungs-Marke, um noch zu sein. Und dann können wir eine Marke runternehmen und einen Changes. Das heißt, wir machen fünf Millionen Mana, holen uns den wieder und machen dann 2,5 Millionen Damage. Und das sollte normales Reichen zum Töten. Normalerweise sage ich hier. Dann haben wir eine zweite Möglichkeit, damit umzugehen. Und zwar Cut und Ribbon. Cut und Ribbon ist eine coole Karte, weil wir für zwei Mana vier Schaden zufügen können, als Sorcery. Rotes Mana kriegen wir über Moxopal und Lotus Battle. Oder hier Spy of Industries. Auf jeden Fall super, super mächtige Karte, weil vier Damage tötet aktuell sehr, sehr, sehr viel. Früher habe ich immer gesagt, drei Damage tötet sehr, sehr viel. Drei Damage tötet nicht mehr so viel. Zwei Damage tötet fast gar nichts mehr. Drei Damage tötet so ein bisschen was und vier Damage tötet wieder mehr. Dementsprechend ganz cool. Und wir können das Ding für zwei Schwarze und X Mana aus dem Friedhof casten. Und jeder Gegner verliert X Leben. Wir kriegen X Leben. Auch hier weiterhin. Das ist eine Möglichkeit zu gewinnen. Dementsprechend können wir den als Removal spielen und dann nachher als Winoption im Friedhof liegen haben. Und natürlich kommt noch zusätzlich dazu. Wir spielen Karn. Karn the Great Creator. Vier Mana, fünf Marken. Gegnerische Artefakte haben keine Fähigkeiten. Plus eins. Wir suchen uns denn nicht Kreaturen. Artefakt. So ist es richtig raus. Und es wird zu einer Kreatur mit Mana Kosten gleich der Punkte. Warum ist das denn so unscharf hier oben? Und minus zwei. Wir können einen Artefakt aus dem Sideboard nehmen. Im Sideboard haben wir ganz lustige Sachen. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich mag nochmal erwähnen. Im Sideboard haben wir nur 14 Karten, weil die 15. Karte ist unser Guy Ruder. Ja. So. Dann haben wir drin Karten, die euch bekannt vorkommen. Ein Lion's Eye Diamond zum Raussuchen. Eine Walking Ballista zum Raussuchen. Und der Rest sind neue Karten. Dabei haben wir zum Beispiel eine in Staying Bridge. Die sorgt dafür, dass ihr uns nicht mehr angreift. Für drei Mana spielen wir die. Und Kreaturen mit größerer Größe als wir Handkarten haben, können uns nicht mehr angreifen. Sehr gut gegen Show und Tell oder andere komische Agro-Decks. Wichtig. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Ihr werdet sonst Game Losses dafür bekommen. Ist, wenn das euer Deck ist. Wenn ihr diesen Companion wählt und ihr mit Karn diese Karte aus dem Sideboard geholt habt. Das ist eine Drei-Mana-Karte. Die darf auf keinen Fall ins Deck gemischt werden. Sonst sagt man immer so, ja, ist doof gelaufen. Kann ich nicht raussuchen. In diesem Fall ist es so, dass ihr ein Companion angesagt habt und eine Drei-Mana-Karte drin habt. Das kann euch Spiele kosten. Und zwar am laufenden Band, wenn ihr darauf nicht aufpasst. Mycosum Flattes. Sechs-Mana-Artefakt. Alle permanente sind Artefakten. Zusätzlich. Und sie verlieren alle Farben. Alle Karten auf allen Händen und allen Decks und so weiter. Und Spieler können Mana, die BFH benutzen. Crying Great Trader. Das Mycosum Flattes. Ist ein Lock. Deswegen ist sie im Mord eingebannt. Und legt sie nicht. Dann haben wir den Liquid Metal Coating. Zwei-Mana-Artefakt. Tappen. Wir wählen eine Karte aus. Und die wird zusätzlich ein Artefakt. Und dann können wir wieder plussen und Lock machen. Und das ist ganz cool. Dann Filigree Silex. Zwei-Mana-Legendäres Artefakt. Plus eins. Tappen. Wir legen eine Oil-Marke drauf. Tappen. Wir opfern das Ding und zerstören jede permanente, nicht lang permanente, mit Mana-Kosten exakt gleich der Anzahl an Oil-Marken da drauf. Das ist also eine Ratchet-Bomb. In Besser. Und wir können die nämlich tappen. Und zehn Oil-Marken removen. Und das Ding opfern. Und zehn Schaden auf irgendeinen Target schießen. Auch das ganz nett über die Zeit. Dann Tormundscript. Null-Mana-Artefakt. Tappen. Opfern den Gegner. Exilt seinen Friedhof. Also oder wir. Aber meistens der Gegner. Dazu haben wir noch vier Layline of the Void. Für zwei schwarze, zwei farblose Verzauberungen. Zu Beginn des Spiels, wenn wir die auf den Startort haben, dürfen wir die spielen. Und wenn eine Karte von irgendwer in den Gegner Friedhof gelegt wird, wird sich dessen exilt. So. Dann haben wir den Punkt, der mich ein bisschen an dem Deck stört, für was mir später aufgefallen ist. Ich spiele noch drei Katar-Kommandos. Zwei Mana-Human-Flash. Wir können den Opfern im Artefaktor enchanten zerstören. Gegen sowas wie Null-Rod und ähnliche Probleme. Wir haben allerdings nichts gegen den Oost. Also der Null-Rod auf beiden. Außer halt Cut. Aber wir haben zumindest dreimal Cut im Deck. Ansonsten haben wir nicht viel, was wir machen können, gegen diese komische grüne Kreatur. Aber gegen Null-Rod haben wir dann noch Katar-Kommandos. Dementsprechend haben wir ein bisschen was gegen beide Sachen. Je nachdem, was die reinnehmen könnten. Und ja. Das ist schon das gesamte Deck. Die Kombo habe ich euch geklärt. Cypher habe ich euch gezeigt. Maman habe ich euch gezeigt. Das Deck macht mega, mega, mega viel Spaß. Es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Deck mit einer sehr Nischen-Interaktion. Weil Bomberman ist nicht so die konstanteste Kombo. Aber das hat man auch mal über Cephylip Breakfast gesagt. Das ist jetzt aktuell Tier 1. Dementsprechend, vielleicht gebt ihr dem Deck eine Chance. Vielleicht schaut ihr mal, was das Deck so kann. Ich würde mich freuen. Ich finde das Deck großartig. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben dalassen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, den Channel gerne abonnieren. Ich mache sehr, sehr viel Legacy. Ich mache sehr, sehr viele Openings. Ich mache sehr, sehr viele Erklärvideos. Und ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020